Ein geschichtsträchtiges Haus, das im Juli 1929 auf kircheneigenem Grundstück von der Kirchgemeinde Olbernhau eingeweiht wurde, nämlich das Lutherhaus an der Blumenauer Straße 1a, wurde durch einen Privatinvestor seit Juni 2017 umfangreich saniert. Neben den acht Wohnungen, die entstanden, sie sind bereits vermietet, entstand ein weiterer Anbau, den die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge GmbH zur Tagespflege Lutherhaus nutzen wollen. Die Tagespflege verfügt im Erdgeschoss über Terrasse mit Außenanlage. Hier werden sich die Nutzer in den Sommermonaten sicherlich wohlfühlen und das pulsierende Leben haut damit erleben. Auch eine Zweigstelle des ambulanten Pflegedienstes wird hier im Hause mit unterkommen. Am 15. Januar 2019 nun konnten die beiden Leiterinnen der Einrichtung, Claudia Reichelt und Nina Bär, die Glückwünsche der Gäste der offiziellen Eröffnungsveranstaltung entgegennehmen. In diesem neuen schönen Ambiente stand auch der Sekt bereit, um auf dieses Ereignis gemeinsam anzustoßen. An diesem zentralen Standort wollen wir künftig für alle Fragen der Pflegebedürftigkeit zur Verfügung stehen und insbesondere pflegenden Angehörigen mit Rat und Tat begegnen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Seniorenzentrum, unweit statt auswärts in der Blumenauer Straße gelegen. Mein Dank gilt auch Ihnen, Herr Bürgermeister Heinz-Peter Haustein, für die behördliche Unterstützung und die Schaffung der Rahmenbedingungen, wie man so schön sagt, und natürlich für Ihr heutiges Kommen. Doppelter Grund zur Freude. Claudia Reichelt übernahm als Leiterin die Tagespflege und Geburtstag hatte sie auch noch. Silke Braun ist die Bauherrin. Sie hielt bei ihrem Grußwort Rückschau. Das Lutherhaus an sich hat uns schon einige Probleme bereitet, dahingehend, dass der Denkmalschutz dieses Objekt mit vielem Auflagen versehen hatte und dass theoretische Bauvorschriften aber derart viel einem abverlangen, dass es nicht einfach war, aus so einer Hülle ein Objekt herzustellen, dass den aktuellen Anforderungen der Statik und der wärmetechnischen Anforderungen gerecht wird. Das ist uns wieder gelungen und deshalb möchte ich mich an erster Stelle bei den ganzen bauausführenden Firmen bedanken. Ein Grund zur Freude auch für Ingrid Wagner, diese Eröffnung der Tagespflege Lutherhaus. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass wir heute in diesen wunderschönen Räumlichkeiten, hellen Räumlichkeiten, funktional optimal gestalteten Räumlichkeiten, diese Übergabe feiern können und dass morgen die ersten sechs neuen Gäste in diese Tagespflege einziehen können. Aber auch die Gäste der bereits bestehenden Tagespflege im Seniorenzentrum Olbernau werden ab morgen vorübergehend in diese Räumlichkeiten einziehen, da wir die Tagespflege im Seniorenzentrum probieren möchten. Ich bin aber überzeugt, dass es allen Gästen in dieser Tagespflege sehr gut gefällt und dass sie sich rundum wohlfühlen werden. Aber nicht nur für die Tagespflege Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter wurden hier optimale Bedingungen geschaffen. Und ich wünsche allen Mitarbeitern dieser Tagespflege, vor allen Dingen den beiden Pflegedienstleiterinnen Claudia und Nina, einen guten Start, ganz viel Erfolg und Freude bei eurer neuen Tätigkeit. Allen zukünftigen Gästen dieser Tagespflege wünsche ich von Herzen stets einen erfüllten, erlebnisreichen und glücklichen Aufenthalt. Danke. Heute ist ein guter Tag für Olbernau in mehrfacher Hinsicht. Zum einen hat die Kirchgemeinde eine Immobilie, die doch Nachholbedarf, eine bessere Bausubstanz hatte, losgeworden. Es war ja eine Belastung für diese Kirchgemeinde. Und wir haben die Stadt Olbernau, die wieder sagen kann, wir haben eine Ruine weg, war es ja fast, und haben wieder was Schönes in unserem Ort, was sich einreiht als Mosaikstein auf den weiteren Weg zum Mittelzentrum Olbernau. Vielen herzlichen Dank an alle, die den Mut hatten, auch an die Baufirmen, die das Fachkönnen nachweisen konnten, dieses schöne Haus hier zu gestalten. Ich freue mich auch darüber, alles Gute für euch und vielen Dank. Der ehemalige Kantor Armin Winkler hat 15 Jahre in diesem Haus gewohnt. Ich habe diese Bauphase immer ganz interessiert mitverfolgt und auch mitbeobachtet und muss wirklich sagen, das war also eine Freude, mit anzusehen, wie ihre Handwerker hier gebaut haben. Großes Lob an die Firmen, die hier gewirkt haben. Es hat mir Spaß gemacht, weil ich auch selber schon mal gebaut habe. So etwas zu sehen, gratuliere ich Ihnen noch mal und wünsche dem Haus alles Gute und möge der Segen Gottes in diesem Haus und in dieser Institution weiter wirken und immerhin wirken. In diesem Sinne alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja, hallo, ich begrüße Sie hier in der Tagespflege im Lotharhaus in Olbernau. Ich bin die neue Pflegedienstleiterin, die Frau Reichelt-Claudia und das ist meine stellvertretende Pflegedienstleiterin, die Nina Bär. Wir werden hier betreuen in dem Lotharhaus 18 Tagespflegegäste, die hier gemeinsam einen wunderschönen Tag verbringen wollen. Zu den Betreuungsangeboten und weiteren Therapiemöglichkeiten wird Ihnen meine Kollegin Frau Bär noch Näheres erläutern. Danke. Ja, also wir führen in unserem Haus einen Hohl- und Bringdienst. Die Leute werden morgens abgeholt und zum späten Nachmittag hin wieder nach Hause gefahren. Die geplanten Öffnungszeiten sind von 9 bis 17 Uhr. Das kann noch variieren. Sie werden hier pflegerisch betreut bei uns. Es ist die Möglichkeit, dass die Leute ein Vollbad einnehmen können. Die Leute werden hier sozial betreut. Es geht uns viel darum, dass hier Gemeinsames stattfindet, dass gemeinsam Mahlzeiten eingenommen werden, dass miteinander interagiert wird, dass Gespräche geführt werden über damals, natürlich auch über heute. Unsere Tagespflegegäste werden aber genauso auch medizinisch betreut, wenn der Bedarf besteht, mit Medikamenten jeglicher Art, wenn Injektionen vorgenommen werden müssen, wird das auch bei uns durchgeführt. Und morgen gehen Sie schon ans Netz, wenn man das so sagen darf. Ja, richtig. Morgen geht's los. Wir starten mit sechs Tagespflegegästen. Und diese bereits bestehende Tagespflege in Olbernhau wird erst mal voransichtlich umziehen, da dort Renovierungsarbeiten stattfinden. Wir freuen uns drauf. Haben Sie denn schon Erfahrungen, was man mit solchen Bürgern, die ihre Dienstleistungen nützen, machen kann? Ja, wir arbeiten ja schon länger im Seniorenzentrum Olbernhau mit der Tagespflege und wir werden auch dort uns ein paar Tipps abgucken und werden dort sehen, wie wir hier uns den Alltag mit den Gästen gestalten können. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, toi, toi, toi. Und dass Sie immer zufriedene Gäste auch wieder abends nach Hause schicken können. Danke. Der 16. Januar steht auf dem Kalenderblatt. Der erste Tag mit Vertrauten, aber auch mit neuen Tagespflegegästen. Wir haben uns umgeschaut und umgehört, denn es wurde gerade gesungen. Die Blüme dein Sohn, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Frau Reichelt, gestern dieser Tag der offenen Tür, wie haben Sie den empfunden? Wie war er denn? Also der Tag der offenen Tür wurde hervorragend angenommen von der Bevölkerung. Wir hatten einen regelrechten Besucheransturm, den wir aber gut bewältigt hatten und wir haben auch sehr viele Anträge schon ausfüllen dürfen. Also es waren die Angehörigen sicherlich da und die haben natürlich viele Fragen. Welche zum Beispiel? Oftmals kam die Frage nach diesem Preis. Sie waren auch sehr überrascht von der Ausstattung, von der Schönheit dieses Gebäudes und welche Therapiemöglichkeiten wir so anbieten. Und kochen, backen, ob das alles hier möglich ist. Diese Fragen kamen, ja. Bevor es nun zum ersten Mittagsessen ging, haben wir uns umgehört, warum die Tagespflege hier in Olbernau. Um eine Abwechslung zu haben, zu Hause sind wir einsam. Was haben Sie jetzt gemacht? Nach Frühstück, Zeitungsschau und jetzt kennenlernen. Wo kommen Sie denn her? Aus Haselbach. Aus Haselbach. Sie werden auch richtig reingefahren und nach Hause gefahren. Ja. Würden Sie weiter empfehlen, diese Sache hier? Auf alle Fälle. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Wie viel Mal werden Sie noch in der Woche kommen hier? Nein, das wäre einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Ja. Alles Gute Ihnen. Danke. Sehr überrascht, wie schön sie ist für uns alle. Wir sind alle wirklich überraschtbegeistert. Wie viel Mal werden Sie in der Woche dieses Angebot nutzen? Das kann ich nicht sagen. Sie testen erst mal? Wir testen erst mal. Ja, und dann. Wie sind Sie denn zur Zeit untergebracht? Zu Hause? Zu Hause. Ich bin zu Hause und werde dann früh abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Und da wohne ich in Pocker. Ich sage es mal einmal nicht. Ah. Warum Tagespflege? Warum? Na, dass ich unterleiden bin. Was ist denn so Ihr erster Eindruck von dieser Räumlichkeit? Gut. Sehr schön geworden. Wenn ich dann alleine bin. Mhm. Das ist wirklich cool. Was haben Sie bis jetzt gemacht heute? Scheidungsschau. Mhm. Und, 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 und. Man kann essen, was man will. Mhm. Also zusammengefasst. Hier noch einmal die Einrichtungsleiterin. In unserer Tagespflegeeinrichtung bieten wir auch eine Gemeinschaftsküche an mit einem Speiseraum, wo die Gäste gemeinsam das Essen einnehmen können. Es ist erst die Möglichkeit, dass sie auch das Essen zubereiten können. Wir haben einen extra großgeräumlichen Therapieraum, wo Therapien stattfinden können, von Bewegung bis Spiele bis was gewünscht wird. Und natürlich auch einen Ruheraum, wo eine Rückzugsmöglichkeiten stattfinden können oder wo sie sich hinlegen können. Und natürlich noch zwei Räume, wo einfach mal, auch wenn sie sich mal ein bisschen zurückziehen wollen aus der Gemeinschaft, oder sich unterhalten wollen, Zeitung lesen oder auch mal ein Buch, ist alles möglich. Wer Interesse haben sollte, an wem muss er sich denn wenden? Er kann sich direkt hier im Lotharhaus bei uns in der Tagespflege wenden oder dann in dem Seniorenzentrum in Olpernhau. Alles Gute. Danke.